Herzlich Willkommen zu Meet Germany, zu dem Forum, heute hier in Rhein-Main, genauer gesagt in Frankfurt. Wunderbar, ja, sehr schön. Und dann gehen wir doch gerade gleich mal mit vollem Baum. Ich liebe es, Menschen zu vernetzen. Ich habe selber eine Eventagentur gegründet 2003 und 2016 hatte ich die Chance, damals noch mit Berlin, mit Munich einzusteigen und auch die Geschäftsführung zu übernehmen. Und daraus ist dann das große Netzwerk erwachsen und ich mache das, was ich liebe, nämlich Menschen miteinander zu verknüpfen und sie in den Austausch zu bringen. Von dem heutigen Tag nehme ich mit, dass Meet Germany wirklich weiß, wie sie Stimmung macht. Es war sehr, sehr gut zu netzwerken. Wir haben viele Möglichkeiten gehabt, haben die Chancen genutzt und konnten unsere Event-App aktiv hier mitgestalten. Das heißt, du kommst wieder? Ich komme wieder. Germany steht für das Netzwerk, einmal für digitale und analoge Sichtbarkeit und für Neukundengenerierung. Und das eben auch die Neukundengenerierung einmal über den klassischen Weg analog über die Events und einmal über den neuen Weg über die Lead-Generierung im digitalen Bereich. Tolle Leute, tolle Kontakte. Meet Germany! Wir freuen uns auch dich bei unserem nächsten Summit begrüßen zu können. Tschüss. Vielen Dank.